So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde TTT Nummer Folge 12 tun sein Part Dings. Ja, hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Beim letzten Mal in Part 11 haben wir bei Minute 7 irgendwo, ist wahrscheinlich sehr schnell in den Kommentaren zu finden, ja bei 7, 10 ein paar Leute abgeschossen. Das, das, das war wieder eine sehr glückliche Runde. Oh, der Einfluss ging daneben, aber TTT-Headshots sind immer schön anzusehen. Und heute sind wir, achso, natürlich 10.000 Likes, vielen Dank, 80.000 Aufrufe, insane immer noch. Und 1787 Kommentare, wo ich wieder die meisten, die auch schon angeguckt habe, die Tage, ist ja zwei Tage her. Deswegen, vielen, vielen Dank an alle. Und es sieht immer aus wie zwei Aufrufe, wenn ich das hier so sehe. Äh, deswegen erstmal danke und jetzt herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Trouble in Terrace Town, der letzten Folge von dieser Aufnahmesession. Wir haben schon den nächsten Aufnahmetermin ausgemacht. Ich bin bereit, das nächste Passwort zu leaken. Und in der heutigen Folge bin ich irgendwie ein paar Mal ziemlich ruhig. Aber ich glaube, das war so, Ricky musste kurz AFK, heißt 45 Minuten war er weg, nachdem er es gesagt hat. Und ich glaube, wir waren alle von der Energie da ein bisschen ausgelaugt. Vielleicht war ich deswegen nicht mehr so in der Aufnahme-Mut oder so. Aber die Runden sind trotzdem cool. Deswegen, alles in Ordnung. Ich ziehe ein paar coole Dinge wieder ab. Ich hoffe, sie erfreuen euch genauso, wie sie mich erfreut haben. Und ich würde sagen, viel Spaß mit einer weiteren Runde TTT. Hey Leute, ich bin's von I. Okay. Das war kackengreifend. Okay, das sind ein bisschen meine Gefühle verletzt. Sollte Volli überhaupt die Begrüßung machen? Ey, das Name ist, du bist so ein dreckiger. Oh mein Gott, wie hast du das überhaupt hingekriegt, Hockey? What? Okay. 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 So ein dreckiger. Willkommen zurück zu TTT. Hä? Ja, klar. Ist ja nicht so, als würden wir schon eine halbe Stunde hier rumlaufen. Oh, und der führt jetzt nicht nach oben, oder? Ui. Ne, nach oben, da musst du mit der Leiter hin. Achso. Mein Model klippt ja manchmal durch. Ja, meins auch. Wenn ich hier runterfalle. Oh, ich höre euch dann nicht mehr, wenn ich da aus der Map klippe. Cool. Okay, jeder fällt da manchmal runter. Ja. Das geht hier nach oben. Ja. Ich habe irgendwann mal Johnny verfolgt, als er hier durchgekrabbelt ist. Hier ist auch Strom. Ne, hier geht nicht. Oh. Ja. Ja, dann vorbei. Irgendwann ist dein... Hat er geschrieben? So machen wir das hier. In der Mitte von der Map gibt es übrigens... Äh, ich sage es so schön. Da gibt es einen Boxring. Hä? Einen mächtigen. Ich habe keine Copyright-Probleme auf dieser Map mit einer Traitor-Falle, die hier irgendwo ist. Achso, okay, okay. Die spielt Traitor-Musik, ich verstehe. Äh, Copyright. Traitor-Musik. Neues Genre. Richtig. 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 Hallo. Ich habe auch Bienen. Das war gut. Wie Bienen gespawnt. Äh, in der Mitte. Was habe ich gesehen, du Schwein? Das habe ich... Bleib stehen! Ja, das war eh richtig. Oh, wirklich. Hätte ich gedacht, dass er mich mit einem Schuss töte? Kann ich noch ein paar Bienen haben? Ach, danke. Wie kann der an Mogi vorbeilaufen? Warum brauchen wir überhaupt oben? Ich habe nichts verstanden. Ich dachte, das war Eriki. Vorsicht, Fully! Was läuft? Oh mein Gott! Klappe zu Abwehr 2. Bitte Traitor sagt mir ein bisschen. Schön geschützt! Geh weg, du Biene. Ihnen ist echt ineffizient. Gutes Geschütz. Ja. Ich habe Fully mit der Biene getötet. Ich meine, das war dumm. Er ist rückwärts nämlich reingerannt, aber ich hätte auch weglaufen müssen. Gute Biene. Ich habe vor einer anderen Biene geflohen. Was ist jetzt passiert? Du musst dich nur ducken. Journey. Oh nein, du bist aus der Map gefallen, ne? Da musst du schreiben. Schreib mal im Chat. Dass dich irgendwer portet. Ach du Scheiße. Oder ich flieg mal zu kurz zu Maeve und sag Bescheid. Maeve? Die Biene noch da? Maeve, hallo. Ich bin tot, aber... Oh. Johnny ist aus der Map gefallen. Johnny, fragst du die Map? Äh, ja. Ich versuche die da auszuholen. Nein, ihr hört keine Skittles. Wir spielen seit ewig vielen Stunden DDT. Ich habe mir meine Skittles verdient, ja? Ich hab mir jetzt durch die Map gebackt. Ich hab mir jetzt durch die Map gebackt. Ich hab die fucking Wien baum... Nein! Gott! Was denn? Schade, dass wir das nicht geheilt haben. Machen die Biene ein Problem. Morgi? Erst wieder auf der Map, ihr könnt wieder spielen ganz normal. Komme ich hier noch anders hoch irgendwie? Ich hab jetzt Angst vor diesen Schächten. Oh, ich hör dich! Johnny, wo bist du? Ach, der ist so oben! Wieso lässt du denn die Leiter los beim Schießen? Genau da, wo ich gestorben bin. Schau mal, Johnny. Ja, wir sind exakt gleich auffällig. Oh mein Gott. Beim Schießen, der darf nicht geballert. Das ist dann nicht selber runtergefallen. Ey, war die ganze Zeit bei mir gefangen. Beim Schießen lässt du die Leiter los anscheiden. Wunderschön aus. Also ich wurde auch zweimal durch die Map gedrückt. Huh, also die Biene... Maeve, hast du auch eine Beanade geworfen? Nee. Ich habe eine geworfen. Okay, dann waren es nur zwei. Aber die zwei waren mehr als ausreichend. Nein. Das haben wir nicht. Ich habe eine geworfen. Oh, Heishol. Wir haben extra... schon reingebracht gemacht. Wo sind wir hier gespielt? Oh, Marvin? Äh, Entschuldigung. Das ist so eng für mein Vorstellungsgespräch. Ja, sehr gut. Setzen Sie sich. Wer war hoch? Ich weiß nicht, wie das ging. Setzen Sie sich bitte. Haben Sie Referenz? Ich mach die Tür mal zu. Ne Farmas? Äh, ja. Ja. Dann können Sie sich ein bisschen bedienen. Hallo. Was hast du da geplant? Die ballern da drin rum. Ich hör Bälle. Was war das denn? Also einer von denen ist Fater. Aber... Ich auch. Geht's euch gut denn bitte? Ja. Geht's denen gut? Oh. Ähm, ich glaube denen geht's nicht so gut. Ich hab Leichen gefunden. Jungs? Wir haben eine neue Base. Ja, eigentlich schon, ne? Das ist unser Büro. Oh, könnt ihr euch Turrets holen? Können wir alles zubauen hier? Dass die nicht zu uns hinkommen? Klar. Aber wir gehen müssen ja eigentlich raus, ne? Tja. Einer steht schon da. Ja, die... Uns tun die ja nicht weh. Ist ja halt gut. Uns tun die nicht weh. Oder? Weißt du nicht? Wo bist du reingeglitscht? Durch die Map. Ist Johnny schon wieder in die Map geglitscht? Ja, weil die feindlich sind. Da, Tommy. Oh mein Gott, der hinterher schießt. Aber... Kann ich rein? Da war Tommy, da war Tommy. Ey, warum, warum? Warum ziehst du mich an? Der ist ja dr begging. Im Büro! Jungs! Oho! Jungs! Scheiße! Ich hab keine Ahnung, welcher was ist! Alter, was du was gesagt hast! Du zum Fickermensch. Mann, Mann! Die Strikern mit unendlichem Schuss ist ganz schön übel. Wo kam Mayfair? Ja. Welche Schöpfer ist das? Ach die... Oh, er ist da durchgelaufen. Wenn ihr draußen noch diese zwei Geschütze aufgestellt habt und euch dann alle versteckt habt. Ja, wir hatten da auch eine Heilungsstation, die war richtig gut. Ja, wer hat die da hingestellt? Vielen Dank. Das war eigentlich ne gute Sache. Naja. 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 Aha. Anscheinend. Wo haben wir? Schwummrig wird einem da. Was wollen wir? Ich würde euch so gerne einen hinterher gehen. Schwummrig, Detective. Dann hänge ich hier aus der Map aus. Hallo. Da unten ist der Traitor-Tester. Traitor? Wir brauchen erst nen Koffer. Haben wir ein paar Traitor hier? Ein Oktober. Der Oliganon ist kein Gegner für unseren König. Das sagt er. Okay. Wie lösen wir den Fall? Huuu. Mehr Punkte hab ich nicht. Ganz kurze Info für alle. Am besten nicht durch die Lüftungsschächte gehen, weil da backt man irgendwie durch die Map durch. Was? Warte mal, Moggy. Ich will deine... Ich will... Jawoll. Was? Ich heiße jetzt... Ich heiße jetzt... Ich müsste jetzt Moggy heißen, wenn man mich anguckt. Mein Gott. Du heißt jetzt... Nee, du heißt Sommel. Aber bei mir steht unten rechts Moggy. Das war irgendwie ganz komisch zu aktivieren. Ähm... Kopiert die... Jetzt aber. Aktiv. Ja, ja, das... Nee, jetzt heißt du, jetzt heißt du Moggy. Siehst ich auch aus wie Moggy? Ja. Nee, du musst... Das musst du selber ändern. Aber dann kannst du ja den Skin ändern. Boah, das ist zu anstrengend. Oh, einfach zwei. Ja, das ist bisschen nervig. Nervig. Aber weißt du, wie es ist, Moggy? Es ist alles nicht so einfach. Ja. Haben wir ein paar Moggy-Fans? Äh... Weiß gar nicht. Wo man... Ja. Ein paar. Ein, zwei oder so. Mach mal zu. Ziehst du oder was? Ja, warte, 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 warte. Schau mal. Okay. Ja, und, und, und? Das ist krass, oder? Das ist kombo. Gewonnen, Alter. Das ist eine geile Kombo, oder? Das ist eine Art geile Kombo. Hallo, Johnny? Jetzt pass auf, jetzt pass auf, Hocky. Warum bist du lila? Ich bin Moggy. Nein, hat er nicht gemacht. Ja, okay, okay. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Was ist hier passiert? Johnny, hallo? Johnny? Johnny? Johnny, Johnny, wo bist du? Bist du wieder nicht in YouTube? Hallo. Beine, schau mal. Junge, das war so eine geile Kombo. Warte, warte. Ja. Hallo. Bist du dumm? Bist du dumm? Der ist dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so leid, einfach hier. Das war so safe. Nein, Smoggy. Du hast vorhin nicht geredet. Ja, die Ratte ist, ey. Einfach Runde weggeschwungen. Das war nicht Moggy. Das war nicht Moggy. Das war nicht Moggy. Das war nicht Moggy. Wer ist das? Zombie ist die Ratte. Na, das war Moggy. Na, okay, wenn ihr das sagt. Zombie war gerade bei mir lustigerweise in den Linen. Ja, wenn ihr das sagt. Zombie treibt grad Schabernack, hab ich das Gefühl. Warum dann lila? Oh Gott, einfach lila. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist echt mies, ehrlich gesagt. Das war super weird gerade. Wenn ich jetzt einfach als Hockey rumlaufen würde. Halt's Maul. Halt's Maul, Johnny. Hast du gehört? Ja, aber hätte ich das nicht lesen können, dass du Zombie bist? Äh, ich hatte so ein Ding. Bist du nicht mehr lila? Ich bin verwirrt. Ich bin nicht mehr lila? Wow. Ne, du warst eben gerade kurz. Oder hattest du das selber gemacht? Ich hatte lila eingestellt. Hä, warte. Hast du so ein Identitätsverstecker oder was? Ne, jetzt bist du wieder normal. Wie normal? Bin ich zwar Luigi oder ne Ratte? Du bist ne Ratte weiter. Okay. Keine Sorge. Oh der Gäscher. Jetzt bist du lila. Jetzt bist du lila. Jetzt bist du lila. Ja, ich bin lila. Stark. Das ich weiß, dass Zombie lila heißt. Oh Gott. Lila heißt, ich bin Inno. Okay. Ich hab nur die Katze. Alle sagen, dass sie gut ist. Ja, Johnny, ich hatte noch dieses Item, mit dem ich eine Rolle klauen kann. Äh, Namen klauen kann. Deswegen hieß ich Moggy. Bist du was ich meine? Du bist wieder lila? Ja. Ich hab nochmal auf Apply gedrückt. Du bist lila übrigens. Danke. Achso, ich bin... Oh mein Gott, man hört nichts. Ich war so lange kein Traitor mehr. Ich war nicht im Rede-Monus. Wer wurde da ab? War Traitor. Ich hab den Traitor gekillt. Traitor gekillt. Ah. Okay. Warte. Das geht ab. Hm. Mich gekillt. Was ist das für ein Ding? Aha. Gena-Scanner. 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 Bro, was geht ab? Wer ist es? Das geht ab? Wer ist es? Sean. Ist das Dashkill? Oh nein, du? Ach Scheiße, nur. Jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Wirklich gerade nicht. Bitte, bitte. Ganz kurz. Ganz kurz. Jetzt gerade nicht. Ach, jetzt komm, lass doch, Maeve. Ich hatte gerade auch Ronny gekauft. Was war das, Maeve? Maeve, Junge. Maeve, Maeve. 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 Wie? Du hast du überhaupt nicht gut gemacht? Das auch. Ich hab die Runde geholt. Sean, hast du dich ertappt gefüllt? Mit 200.000 Minuskammer hast du die Runde geholt. Ach, ihr seid auch enttäuscht von Maeve? Ja, ich mach nur 4% weniger Frauen. Alle sind enttäuscht von Maeve. Er hat uns einfach erschossen ohne Grund. Ja, das ist Maeve. Ja, das ist Maeve. Ich dachte, er ist Traitor, aber dann killt er mich und dann steht da innen. Ihr habt euch verhalten wie Traitor. Achso. Das ist mir auch schon einmal passiert. Ach Maeve. Bopp, bopp. Ach Maeve. Bopp, bopp. Ach, Maeve. Moment mal, er ist gestorben. Was? Habt ihr jemanden gekillt? Ja, okay. Der Blocker ist da wohl. Ich hab eine Granate geworfen. Ich hatte eine Granate geworfen. Das war ein Traitor. Ich wollte ihn nicht töten. Riki hat eine Granate geworfen. Das tut mir so leid. Zwei Maves. Zwei Maves? Das ist Fully. Ich seh zwei Morgis. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Ja, das war nicht witzig. Das war nicht witzig. Das war nicht witzig. Nein, war überhaupt nicht lustig. Das ist sehr verwirrend. Jetzt seh ich zwei Maves. Hilfe! Hilfe! Ich hatte den zweiten Mav noch nicht gesehen. Ich rette dich, Team. Ich bin am Haken. Zwei Maves sind mit Maves gehen unterwegs. Hä? Riki ist mit Maves gehen unterwegs. Das ist der Mania, Alter. Zwei Maves. Ey, der Mania. Ich will die Leute an den Skins erkennen. Ach du Scheiße, jetzt bin ich eh nie verwirrt. Das ist wie ein Spiel. Ach du Scheiße. Das ist gut. Warum ist das immer weg? Mein Reden. Ah, wenn ich das Player-Mobile neu applye, verschwindet immer mein Reden. Deswegen ist das immer weg. Das ist echt so. Ey, Timo, Timo. Habt ihr schon gehört? Timo, 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 Timo. Clever. Ja, was denn? Riki, wo willst du hin? Tatsächlich sehen die Maves nur so aus, weil Riki seinen Skin hat. Ja, warum hast du meinen Skin? Was soll denn Scheiße? Okay, warte. Mach wieder zurück. Die sind getauscht. Oh, da ist ein Riki. Jetzt bin ich wieder Motorhead. Woher ist der? Ja, Mann. Hast du eigentlich einen Fukuhila? Oh, fucking hell. Oh nein. Oh, den hat ich verdient. Oh, starker Kill von mir. Warte, guck mal. MP5 Navy. Ey, Riki, ne? Riki, die waren alle im ganzen Verein im Haufen. Okay. Ich hätte mit dem ManLauncher so viel machen können, aber du musst die ganze Zeit mitten in dem Haufen stehen. Das war so lange... Das kann passieren. Ich war so lange kein Traitor mehr. Einfach wegsprengen. Und der Junge erschießt mich. Ich bin da irgendwie Granat oder so. So ein Affe, ey. Lieberliebster Traitor-Kollege. Hat er irgendwie alle seine Traitor-Kollegen gerade vermutet? Ich war kein Traitor-Kollege. Ach so. Ach ja, das war ja Maeve. Das ist so verwirrend. Hä? Naja, ich sehe doppel Johnny. Timo. Es ist so fucking verwirrend. Oh mein Gott. Ich will auch Johnny sein. Es ist so bescheuert. Oh, es sind so viele. Hör doch auf mit der Scheiße. Hä? Welche Scheiße sind da raus? Ich weiß nicht mehr wer wer ist und ich kann dem nicht zuordnen. Ich... Ich bin den halt aber nicht. Ist der O-O-O? Ach da wäre er. Nee. Ich weiß es nicht. Komm mal rein. Komm. Warte. Wie viel musst du? Sehr schlecht. Ich hab einen erschossen. Ich hab Johnny erschossen. Aber den kann man nicht aufheben, den Waluigi. Wie immer. Das ist so scheiße. Die da drüben machen irgendwas kaputt im Klo. Die im Klo sind sass. Was ist mit dem Klo passiert? Ich hab keine Ahnung. Äh. Ist das Waluigi Launcher oder? Nee, das ist Waluigi Launcher. Ja, aber den dürfen wir nicht aufheben. Oh, Rick hatte keinen Twitter. Hey, warte mal. Natürlich, ich bring Fully direkt um. Es war Rache, okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, babe. Das hab ich ja nicht absichtlich gemacht. Ich hab das Storymade geschrieben. Ich bin halt richtig voll hier, Alter. Ich hab einen Dortmachter-Linkür gemacht. Ich bin zurückwärts gelaufen, wollte den Molotow auf alles schmeißen. Plötzlich bist du da. Wolltest du deinen Toilettenkollegen einfach umbringen? Nein, nein, nein. Find's auch wild, dass du so viel Schaden davon gehobst. Ich hab für mich einen Dortmachter gemacht, weil ich wollte, dass wir beide reingehen. Und wenn einer kommt, ist er tot, verstehst du? Das hat ja nicht geklappt. Nee. Bisher scheiß ich nur rein, irgendwie. Hast du nicht die Wand hier mal geöffnet oder so? Kann ich verdienen. Wand? Ja, irgendwie bist du hier immer so durch so ein Loch an der Wand. Ja, hier, hier. Achso, okay. Ich dachte, das wär irgendwie was anderes gewesen. Ja, die sind ja Buggy. Ah, Alter. Hallo, was soll denn die Scheiße? Was habt ihr getötet? Was ging ab? Das ist ja frech hier. Melone, Blut, aha. Sean muckt. Sean muckt. Richtig killen. Haben wir schon Verdächtige. Ja, komm. Wir beobachten auf jeden Fall hier ein episches Duell. Ich seh schon, ja. Willst du, willst du, willst du es wirklich? Lass in den Ring. Lass in den Ring. Wir beobachten gerade ein Duell. Oh, gehen in die Arena. Let's go. Ja, wir sitzen in den Ring gegangen. Ja, vernünftig. Okay, okay, komm her, komm her. Oh! Hä? Sabotage. Nee, ich zieh durch. Ich zieh trotzdem durch. Nicht getroffen. Okay. Alter, Maeve. Reicht mir jetzt hier. Du hast jeden getötet, Maeve, oder? Alter, Maeve. Ist doch rein. Du hast dich in der Angelegenheit zwischen Männern eingemischt. Mogi, wie hast du mich umgebracht? Ich hab nen Doorbuster gelegt. Oh mein Gott, Mogi. Hab ich ne Tür? Hab ich die Tür überhaupt aufgenommen? Ich hab mich jetzt wieder beruhigt, okay? Ich dachte, ich war noch gar nicht soweit. Naja. Naja, das sind... Das sind gute Runden. Die Map ist auch wieder echt klein. Irgendwo. Reingeschickt. Der Kampf war super. Hat richtig viel Spaß den Kampf zuzugucken. Ja, ich hatte auch Spaß. Irgendwann wurde es zart, aber davor war es eigentlich ganz witzig. ... ... ... ... ... ... ... ... Hör mich auf. Wer war das? Was passiert? Der ist in mir geschoben. Der ist in mir. Der ist in mir. Der ist in mir. Gute Arbeit. Ach, zwei Traitor schon besiegt. Ich bin so stolz auf euch. Ey, wer nicht Traitor wäre, wäre das meine schlechteste Runde. Wir sind alles tot. Okay. Bist du noch da, Moggy? Ich hab da so lange dran gearbeitet. Zombie, kannst du mal das Ventil zudrehen? Hier ist ganz schön rauchig. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Runde ist nicht vorbei Gott, liegt hier viel Zeug im Weg Nein Wie hast du das gesehen, dass Maeve von da kommt Ich habe mich aber nur panisch hin und her umgedreht Ich weiß, dass Maeve immer gerne so Kreise um einen läuft Ich habe für Maeve extra das Ding freigeschaufelt davon Ich habe mich den Stuhl weggewegt Seid der Spongebobmap ungefähr Wie so ein Veloziraptor Es ist ja so Ich muss mich verangehen Das muss da mal Ja, nicht der Veloziraptor Jagd zielt Aber meine Idee mit dem Super Schaft da reinschicken, die war gut, ne? Ja Die fand ich heftig Oh Gott, der ist Traitor low Ich hasse es, also ich kann damit nie fliegen Wer ist der Traitor? Vorsicht, ich bin mir so sicher, dass Zombie ist Also ich fliege da Ich fliege es einfach Wieso wird schon geschossen Hallo? Das, was ich kaufe mir in Red Bull Sehe ich gar nicht ein Und Monster kann ich auch noch trinken Amazone Hm Hm. Echt? Haben wir nichts darüber? Nee, nee. Okay, das geht ja. Aber ist mir auch schon passiert. Hä, da fliegt ja ein Schaf. Das ist ein super Schaf. Ja, Bro, da killst du. Ja, sorry, stimmt. Ich wollte nur eigentlich, dass du es auch siehst, weißt du? Ja, ich wollte, dass du es siehst. Das hat es mir aufgefallen. Es ist weg. Timo drin. Wow, Timo drin. Was sind das für Runden? Ich bin nur tot. Was war hier los? Was hast du gesagt, Ricky? Warum hilft er mir nicht, sich zu töten? Na ja, ich denke, er hatte eigentlich, aber das ging echt schnell. Ich wollte dafür ihn singen und du hast mich gestört bei meinem Roadkill. Also, ich habe nicht mit auf dich geschossen, aber ich dachte so, nerv nicht. Ich hätte daran eigentlich erkennen müssen, dass du es auch bist. Ich habe es so ein bisschen vermutet, aber nur, dass er keine Waffe war. Was war meine Traitor-Energie letzte Runde? Moggi. Ich habe es einfach gefühlt. Hm. Es gibt immer, wenn man irgendwas fühlt, zum Beispiel, wenn man die Tür einfach schließt, dann weiß man ungefähr... Ja. Was denn? Man hat sich gerade noch beschwert, dass er jede Runde tot ist. Ja. Könnt ihr, könnt ihr diese Tür aufmachen? Diese Luke hier? Ist hier jemand? Äh, Moment. Nicht umbringen. Ne, ne, ich mach auf. Mach auf. Wie, aber du hast keinen Mörder gesehen, Timo? Das war alles immer gesehen? Okay, also du musst hier im Badezimmer vor dir liegen. Ich glaube, Johnny ist gerade gestorben. Was the fuck? Was the fuck? Volli ist nicht hier. Da hinten ist Volli. Das ist ein Gespenst. Oh, Johnny war ein Gespenst. Da drüben liegt Volli. Wir haben nie diese Rolle. Einer raucht, ja. Weißt du, was Gespenst ist eigentlich, Zombie? Äh, irgendwas, dass wenn man stirbt, dass man dann wieder lebendig gemacht wird oder so? Also, wenn sein Mörder getötet wird, dann wird er wiederbelebt. Ah, ja. Ja. Wenn sein... Oh Gott, das wäre mir zu komplex. Hier braucht keiner, ne? Wenn ich Geist bin, will ich einfach wiederbelebt werden. Ich suche Timo eigentlich, wo ist der hin? Ah, hier. Ey, hast du ihn gefunden mittlerweile? Ah, hier, da ist der Foto. Ich hörschüsse Hilfe. Die Ballern da drin. Mogi ist es, Mogi ist es. Er hat grad zehn Leute gekillt. Ich hab da drüben, da drüben wurde geballert. Mogi hat grad zehn Leute gekillt oder so. Der einzige Mensch, dem ich traue hier. Viel schreckliches Abbingen. Mogi ist in dem Raum drin. Ja, ist es. Kann ich den Job geben? Kann ich den jetzt ja bitte. Kann ich den jetzt ja bitte. Kann ich den jetzt ja bitte. Das ist ein bisschen sinnvoll. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ist es. Und ich habe noch nichts. Ich weiß noch nicht, wie ein paar Mögen. Ich weiß noch nicht, wie ein paar OPs war. Ich hab noch nicht. Auch jetzt ist der Foto. Ich höre Mario-Geräusche. Lebt noch jemand? Hallo? Schwamm lebt noch. Okay, Spoiler. Geht da nicht rein! Oh, mir hat alles gebrannt. Du hast was gesagt, dass du noch gemutet bist? Nein, ich habe nichts gesagt. Ich habe Zombie reden gehört. Ist hier irgendwo. Oh mein Gott! Hallo, Max! Ich habe einen Fass! Komm. Nein, 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 wir kriegen den. Wir kriegen den. Hilfe! Oh nein! Oh nein! Oh! Ich dachte, mein Interface ist kaputt. Bei mir macht das HTTP-Base-Add-On-Fehler. Bei mir auch, ja. Wir müssen alle neu joinen. Über die Konsole. Was ist denn das für ein Add-On? Natürlich! Bei mir war, glaube ich, nichts. Bei mir ist auch nichts. Soll ich nochmal neu joinen? Ich join, glaube ich, nochmal neu. Ich auch nicht. Äh, Verbindung trennen. Oh, ich dachte, so sehr scharf. Ja, ist so scharf. Ich hoffe, niemand liegt, außer sehen, dass das Passwort Kartoffel ist. Ach, Dashke. Falsches Passwort. Ach, nein. Oh, nein. Falsches Passwort. Warum? Hallo? Ach, Mann. Habe ich noch Caps-Log an? Ah. Du hast immer Caps-Log an. Ja, klar. Ich muss mich halt durchsetzen. Ich dachte, das sind wir aber auch öfter. Okay, ob ich jetzt mal eine Runde spielen darf. Ja. Ich bin nur tot, ey. Ich bin nur tot. Das ist unfassbar. Jeder von euch killt mich ins. Aber fully. Okay, Moment. Wir müssen die Runde beenden, oder? Ja. War aber ungünstig, immer mit zwei Traytern zu spawnen. Aua. Okay. Boa, wusstest du das, Mel? Wusste ich nicht. Oh, Team Eno ist ja wieder mal gewonnen. Oh, mein Gott, wie ich da liege. Ich rief meine Leiche. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Alle wieder da? Das wäre ja nichts passiert. Naja, sie sind alle wieder da, bestimmt. Bestimmt. Seid ihr da? Aber wo sind unsere guten Stats? Hör doch. Nein, nein. Da kehren sich alle. Was geht da drüben ab? Ich geh da rein. Alle kehren sich da drin. Okay. Alle weg. Der Blocker ist tot? Oh nein, diese ganzen Leichen. Ich hab gesagt, geht alle weg. Geht alle weg. Oh, nee. Ich will nicht so schön. Fuli, bitte bring mich nicht um. Ich hab das gemacht. Ach, nö. Aber... Warst du das? Nein. Also, ich war halt wirklich nichts. Ich glaube dir alles. Ich wurde hier nur reingeswitcht. Müssen überhaupt gucken, ob... Wahrscheinlich seid ihr einfach die letzten Traitor. Aber warte, du hast mich ja erschossen, oder? Ah, da hinten. Hockey, 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 Hockey. Au. Ach, da ist ne Leiter. Oh, Entschuldigung. Da ist ne Leiter. Jo, da ist ne Leiter. Deschke, hörst du mich? Vielleicht. Deschke, ich hab Angst. Oh, du bist hinterher. Oh, nein. Oh, mein Gott, nein. Hockey, du warst so anlagend. Oh, mein Gott. Nur die Reling war im Weg, sonst hättest du ihn manchmal gesehen. Oh, mein Gott. Ach, wie doof, ey. Und deine eigene Hand war auch kurz über Deschke. Was ist denn eigentlich mit meinen anderen beiden Traitor-Kollegen gewesen? Ja, Fully ist einfach ausgelöst. Fully nur 140 Karma verloren hat. Ich wollte in dem Raum bleiben. Maeve kam rein und er war tatsächlich auch Traitor. Ich wusste es, er wird mich hier schießen. Fully wollte die Runde wirklich unbedingt überleben. Ich wollte unbedingt überleben. Dafür ist er über Leichen gegangen und hat sogar den Detective angegriffen. Ich hab extra gesagt, geht alle weg. Ihr habt mich nicht hier ruhig gelassen. Ja, aber ich wollte dich ohne reversen. Ich wollte ein bisschen Spaß haben heute. Hey, Fully. Hey, Fully. Weißt du das, weil du Traitor bist? Nee, ich wollte nur Spaß mit dir. Nein, ich glaube, er hat auf mich geschossen, aber ich hab keinen Schaden bekommen. Ich pisse mir gleich ein. Du weißt nicht, wer die Pisse geworfen hat, oder? Doch, ich weiß, dass ich sie geworfen hab, aber... Äh, tschüss. Du redest in Discord. Ah, okay, cool. Hallo. Er hat den Raum mit Pisse geflutet. Soll ich den unsichtbaren... Mit dem Headshot. Nee, nee. Glückwunsch. Immer beim Un-Un-Muten. Ich hasse es. Ach, Zombie ist okay. Ich wollte den mal hin. Oh, oh, Timo, was machst du da? Timo? Immer, weil ich so kurz auf die Tastatur gucken muss. Oh, die Taste und die Taste. Dann kurz mal gucken. Oh, bin ich da gebutet? Bin ich hier gebutet? Jetzt hat man natürlich eine Chance, weil ich mich nicht im Spiel bewegen kann. Ruhig drauf. Und ich kann nicht beides auf dieselbe Taste legen. Weil ich auch beides mal einzeln anklicken muss manchmal. Wenn zum Beispiel die Runde endet, muss ich jetzt nur Discord-Immuten und da reden. Aber wenn eine Runde starten, muss ich im Spiel wieder... Ach, so ein Hin und Her. Okay. Ich glaube, sie hat sich an uns. Kurzbeck hat im Kreis geflogen. Jetzt kann ich hier wieder zugucken, wie die sich alle niederballern. Nein, meine Waffe. Die Katz hat gewonnen. Ja. Nee. Ja, das ist mir halt passiert. Voll die Akte mal wieder. Keine Hunde. Boah, alleine gegen alle. Und dann war meine Hände zugefroren, um die Hose zu eröffnen. Ich würde halt echt gerne wissen, wie sichtbar ich bin. Ich bin so unsichtbar. Man muss so super dringepäkeln, wenn man kurz vor der Tür ist. Ist der Türbuster? Wahrscheinlich. Oh, und der Melonen-Launcher werden gute Items. Bist du ein Mundpisser bei mir, bitte? Riki ist ja dabei. Entschuldigung. Ich habe Riki gar nicht gesehen. Okay. Okay, 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 okay. Ja, bei T-Hockey, da überlege ich es mir nochmal, ne? Warte, was? Moin, Meister. Hey, das ist ein Leiche. Warum untersuchst du ihn? Okay. Wer ist das? Er ist Sean, zu 100%. Sean. Halt die Frisse. Was da machst du? Du bist so Traitor. Oh, er ist wirklich nicht. Hast du es verdient, Timo? Hast du es verdient? Das ist der so kacke. Ja, du warst übel fast, Sean. Nein, ich war. Ich war. Ich habe nur gechillt. Ich habe mich selber mit Among Us gekillt. Oh, hast du den Among Us bei Sean reingeworfen? Ja. Oh, okay. Ich habe Doorbuster gemacht und der hat die Tür kaputt gemacht. Ich bin mit Farbust gespawnt, holy shit. Jetzt, wo ich es überlege, es macht doch nicht so viel Sinn, dass er vor sich selber an Among Us spawnt. Naja, gut. Ja, man. Wer würde sowas schon machen? Ach, keine Ahnung. Wo ist denn hier der Innocent-Treff? Nicht bei euch scheinbar. Warst du das Hockey? Ja, die Disco war ich ja. Was machen die da drüben schon wieder? Warum ist Johnny erschossen worden? Okay, Johnny war Executioner. Er war Traitor. Ah, okay. Ich beschütze dich. Tschüss, tschüss, tschüss. Reki ist es also. Ich finde es nicht an, Detektiv zu sein. Jetzt haben wir bestimmt fünf Traitor gegen uns. Ja, klar. Oh, natürlich. Du denn. Der ist da drin. 50, was passiert hier? Reki ist Traitor, Leute. Er hat mir die Traitor-Rolle gestohlen. Poli ist 100% inno. Ja, Reki hat mir die Traitor-Rolle gestohlen. Zieh ihn nicht so auf mich. Wo ist er? Ich habe gar nicht in die Richtung geguckt. Ich bin paranoid in dieser Runde. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay. Ich bin auch da, aber ich mache nichts. Schwör. Hallo. Unbewaffnet. Okay. Schwör. Schwör. Ist du Mogi dann Traitor wahrscheinlich? Mogi war hier gerade auch reingegangen. Wo ist Mogi hier denn? Der ist hier doch rein. Okay, wer traut sich die Tür zu öffnen? Lass mich mal durch. Er ist da hinten in den Gang. Ich bin da eben gestorben. Ich will nicht nochmal sterben. Ja, ihr könnt über mich crouch jumpen. Das versuche ich gerne, aber ich bin nicht gut in Videospielen. Ich hoffe, jemand macht gleich die Tür auf. Ich habe Mogi. Oh, Hammer. Stimmt, hast du mit den Lüftung schafft. Das hier war es wirklich. Oh Gott, du hast wirklich auf mich geschossen. Ich habe meine Mäle-Loncher auf die Tür gezielt und war so bereit, dass sie jemand aufmacht. Ich habe Möronen überlebt. Aber ich habe Möronen nicht vergessen. Polin hat mich aber verraten, das Schwein. Ja, du hast mir einfach die Rolle gestohlen, du Arsch. Wie war ich eigentlich gerade so bad? Ich fand ich auch gut. Johnny, 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 Johnny. Was gibt es? Was ist denn mit euch? Ich fand deine letzte Runde auch echt stark. Also ich musste dich auch mal proben. Bisschen mehr positive Vibes. Alles okay, ich fand die gut. Bisschen mehr positive Vibes, ja. Also die vorigen Parts waren super, aber gerade nicht. Ich war wirklich enttäuscht. Also ich bin so enttäuscht, dass ich schon gerade nicht umgewacht habe. Vielleicht mal neben ihn und red weiter, bitte. Neben wen? Ach, neben... Was ist denn hier los? Neben Vegeta? Nee, Johnny soll sich neben ihn stellen und dann weiter erzählen, wie enttäuscht der ist. Ich bin so enttäuscht von mir selbst. Mein Gott, ich kann es mir gar nicht... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich jemals wieder hier von seelisch recoveren sollte. Find ich gut in einem Blick. Ach, sag sowas nicht, Mann. Ich fand dich super. Aber was, wenn da nicht knirsch, sondern cringe steht? Aber was wenn? Bitteschön. What if? Da steht cringe in Wahrheit? Dragonboy, what if? Remy! Das ist Remy aus Ratatouille! Hier drüben waren zwei tot. Bedeutet das dann unentschieden? Hat jemand Hunger gerade? Ich habe das Gefühl, da kommt hier in einem Moment was. Weih, Innocent sind tot. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, es ist nicht ganz dumm, hier ein bisschen zu fach. Ich kann sagen an der Stelle, fairerweise. Wer sind diese Wassermelonen? Die Ratte hätte ich aber nicht mehr so. Geht dann mal weg. Wer ist, geh weg. Ja. Okay. Ähm. Mich kurz. Mach nochmal auf. Mach nochmal auf. Oh, okay. Du bist wohl hier einfach wieder stehengelebt, als die Granate kam. Hat die Granate getroffen? Ich wollte auf du, ich, aber die Tür hat mich stuck gemacht da. Bonus, lieber eine Tür, stuck. Die hatten mal einmal die Frecranid im Shop, deswegen dachte ich, ich hole die mal. Ich habe die auch benutzt und meine hat nicht getroffen. Bonus. Ich habe schon wieder mit einer Farbe was gespawnt. Krasser Typ. Magi. Magi. Du hast ja eine gute alte Bonusrunde. Nee, 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 Bonusrunde. Ja, ich bin bei dir im Team, egal was du bist. Okay. Es wird irgendwas langweiliges, aber Ricky ist auch mit dabei. Ja, eben. Ich bin Hansch. Du bist Hansch. 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 Ah. Und wir haben einen Narren. Wollen wir einen Dorbuster? Oh, jemand ist schon gestorben. Ja. Ne, ich habe seinen Dorbuster. Wollen wir einen Dorbuster holen oder Heilung? Kann der Hansch einkaufen? Ja, ein Dorbuster. Ich habe gute Waffen gesehen. Der Hansch ist Detective. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Das ist cool. Dorbuster ist halt immer lustig, besonders weil die alle da hinten in den Raum immer rein wollen. Wir holen einen Dorbuster. Kannst du von der Seite zu? Mach zu. Ja. Cool. Es geht raus. Hä? Das ist irgendwie schwarz da. Das ist jetzt der Türrahmen komplett schwarz. Das ist ein Loch in die Unendlichkeit. Dann brauchst du den Ring von Naturias, bevor du da reingehst. Wie ist das gar nicht ihr verspäht? Ich bin ruhig leider nicht dabei. Pass auf, ich mache Pop-Up und dann... Das dachte ich mir schon. Oh, guck mal, die machen Pop-Up und dann haben wir irgendeinen Plan. Die schießen auf dich, Dashke. Das sind die Four Kings. Nein, Dashke, geh mal. Dashke nervt nicht. Jetzt wirklich, geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, nö. Oh, Gott, waren das viele. Junge, Dashke hat so genervt als... Dashke war mal ein Gatsch. Wie seid ihr alle da draußen gestorben? Wie konnte ihr sowas zu überleben? Sorry. Ich habe mich schon gefragt, warum Dashke nichts macht. Wer ist immun gegen Explosionen, Maeve? Ich dachte nur gegen Feuer. Ich glaube, er ist immun gegen Explosionen, oder? Der Dummkopf ist immun gegen Feuer. Und ich meine gegen Explosionen? Ich sage, wie es ist. Die Pop-Up haben die es unterschätzt. Feuer und Explosionen spielen teilweise Bonus-Runde. Bonus-Bonus-Bonus-Bonus-Bonus-Bonus-Bonus-Bonus-Bonus-Bonus-Bonus. Wo hast du mich aufhören? Piep-Pop-OOM houette-Bonus-Bonus. Ah, Bonus-Bengy-Runde. Okay. Ich werde den Gefallen zurückgeben. Ja, okay. Womit? Okay. Was für ein Gefallen? Ich weiß noch nicht, wo du hingehst. Ach so, ich schüpf mir nur hin und her, weil fünf Leute auf uns zielen. Keine Ahnung, was die alle hier machen. Ich geh ja schon. Ich guck mal, was wir ein Schönes kaufen können. Ich stehe immer auf einem Haufen. Hey, lass mich in Ruhe. Hi. Pulli, du hast heute zu viel gespielt. War ein Pulli. Nein, 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 nein. Ich hab ihn gefestet. Alles gut. Nein. Ich hab ihn verhaftet. Punchy durfte zu viel spielen. Der hat jedoch jede Runde gelebt. Ich hab ein paar gute Folgen und seitdem töten mich alle nur noch. Es ist so mies. Du lebst ja noch, eben. Ja noch. Der ist ein bisschen gütig hier. Der kann sich nicht bewegen, Ricci. Schubs ihn bitte nicht. Nein, du kannst doch nicht erschienen! Doch komm, Hockey. Facken nur Bats, facken nur Bats Fackete Riki war Traitor natürlich Ok Ebenfalls Also Niveau Ich habe ihn zu spät gesehen Achso AAH Sehr gut Zu spät gesehen hat er uns So und der Masberist Hat noch irgendjemand wiederbelebt Oh hier ist ein Kuss Komm her Äh So Der war ein bisschen voll AAH Schade Das kanns ja nicht sein Das war ne gute Moggy Runde Das war ne gute Runde Ich weiß nicht, während dem Kampf ist plötzlich mein Bildschirm ausgegangen Bonusrunde Nein, keine Bonusrunde Das waren wirklich spaßige Runden Das war ein super toller Guter Vorgeschmack zum nächsten Mal ne? Ja, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Nicht mehr Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020